Guten Morgen! Wir stehen heute vor der Messe in Freiburg. Und wo soll es denn hingehen? Wir gehen auf die Caravan Live in Freiburg! Ehrlich gesagt haben wir eigentlich gar keinen Bock, weil wir gar nicht so die Leute sind, die großartig mit vielen Menschen ins Getümmel gehen wollen. Aber wir brauchen für unseren Pumper eine Isolation für die Frontscheibe und schauen einfach mal, was es da Neues gibt. Und ob wir was Tolles finden, sehen wir dann. Wir nehmen euch mit. Bis dann! Gut, dann lasst uns loslegen. So, und wir sind jetzt beim Start. Es ist 10 Uhr. Die Messe läuft übrigens vom 28. September bis am 1. Oktober, also sprich bis morgen, von 10 bis 18 Uhr. Und es hat insgesamt rund 120 Ausstellungen, die alles rund ums Campen präsentieren. Ja, und unser Ziel ist eigentlich heute einmal durch die vier Hallen zu gehen, um euch kurz einen Eindruck zu bringen. Was seht ihr? Was gibt es hier überhaupt? Und was könnt ihr euch hier finden? Fangen wir einfach mal an mit der Halle 1. 1. Halle. Was sehen wir? Wir sehen Kastenwagen, ob groß, ob klein. Alles hier. Ich glaube, es geht um das Thema Camping. Stimmt. Dann haben wir hier die ersten Kastenwagen, die präsentiert haben. Wir sind wirklich direkt am Start um 10 Uhr gekommen. Deswegen haben wir echt noch Platz mit dem Laufen. Man wird hier nicht gedrängelt und geschubst. Eigentlich sind wir sehr erstaunt, dass es noch so leer ist. Ja. Ich glaube, letztes Jahr waren wir viel spät und da war wirklich total voll. Ja, wir kamen kaum noch vor. Wir wurden eigentlich mehr mit dem Fluss gedrängt. Und jetzt haben wir Platz ohne Ende. Also wir laufen mit euch wirklich einmal nur grob durch und genießen dann spät. In einer zweiten Runde. Was wir richtig toll fanden, wir haben die Karin an der Kasse kennengelernt. Sie ist ein Fan von uns bzw. ein Follower und das fanden wir so cool, weil eigentlich sind wir sowas gar nicht gewohnt. Wir dachten, wir sind ganz klein und das kennt uns ja eh niemand. Aber ja, hat mir richtig Freude. Ja, das stimmt. So, die nächste Halle, Halle 2. Auch hier nicht zu verwechseln, Camper. Und Wohnwagen. Also es sieht eher aus. Ich glaube, das ist eher ein Imbestand, wie eine Weißwandwüste. Also die klassischen weißen Camper, sei es Wohnmobil oder Wohnwagen mit Aufbau, dazwischen mal vereinzelt ein, zwei Kastenwagen. Aber an sich sind wir hier eher in dem konservativen Bereich. Oder was sagst du? Ja, ist jetzt glaube ich nicht so für uns sehr relevant oder spannend. Der spannende Teil, der kommt ja noch. Genau. Gehen wir dann direkt mal in die nächste Halle. Und was ist für uns der spannende Teil? Die Gadgets. Kleinkram. Ja, genau. Kleinkram. Da können wir uns nie davon sehen. Oh, guck mal ein Kissen für Paletten. Das wäre was für uns. Das wäre nochmal eine Bisschen mehr. Also hier Wohnwagen, Wohnwagenbereich. Quer durch die Weißwandwüste. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie auf dem Stellplatz in Roses. Wagen an Wagen. Ja, aber hier haben wir wirklich... Doch, der Stellplatz in Roses, der war ganz eng. Ja, in Roses meinst du, genau. Wohnwagen an Wohnwagen. Da kommen wir gleich Kindheitserinnerungen hoch. Mit unserem uralten Wohnwagen dazu mal. Damals, da hatten wir ja nichts. Ja, genau. So, dann Elke noch ein, zwei Kastenwagen und schon kommen wir in Halle 3. Oh, die Schulglocke. Ja. Liebe Ausstellerinnen und Aussteller, wir heißen Ihnen herzlich willkommen und wünschen Ihnen einen informativen und spannenden, besseren Besuch. Und unsere Ausstellerinnen und Aussteller haben wir hier. Das haben wir hier wieder einen Kastenwagen. Wohnwagen. Wohnmobil. Oh, schau mal, ein Pick-up mit Aufbau. Der sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Wollen wir hier nochmal die Schlange nach oben? Ja. Die brauchen hier ja nichts, aber wenn man auf der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug ist, ist man hier auf jeden Fall richtig. Vollkommen. Boah, das Ding, das sieht auch schon nicht schlecht aus, aber schon förmlich ein Bus. Verrückt. Ja. Aber hier haben wir was Kleines, niedliches. Da wird noch geputzt. Das war immer noch was. Ja. Für unsere Katzen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, kriege ich mal ein Wochenende alleine. Genau. Dann haben wir hier noch ein E-Auto oder ein E-Camper. Ist das ein Camper? Ja. Die E-Version von VW als Camper. Zumindest mit einem Bett drin. Dann haben wir da noch ein paar Anhänger. Das ist auch nochmal ganz interessant. Die schauen wir uns vielleicht nochmal an und dann geht es hoffentlich in die Halle mit dem kleinen Kram, mit den Gadgets. Wo wir ganz viel kaufen können. Ja. Wie die Typperware für die Mutter. Oh, ich drehe zurück. Willst du mal rein? Schau mal hier. Das sieht sogar so aus, als ob das behindertengerecht ist. Das ist schon nicht schlecht. Für Menschen mit Handicap ist das wirklich nochmal ein Anhänger wirklich zum Nutzen. Cool. Ja. Gut. Und ein Motorrad. Ja. Ich würde da lieber ein paar Bikes reinstellen, aber jeder sein Hobby. Ja. Wir nähern uns dem Ende der Halle 3. Also wir sind jetzt etwa in sieben Minuten eigentlich durch alle Hallen. Fast alle Hallen gelaufen. Oh, oh. Hier wird die Zeit gestoppt. Dann haben wir noch ein paar Pössl. Two Trints auch Pössl. Dann wieder VW. Also man sieht immer die üblichen Verdächtigen hier. Halle 4. Last but not least. Bevor wir in den Außenbereich kommen, beziehungsweise hat es in den Außenbereich mehr eine Fressmeile. Ja. 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 Auch da gibt es gewisse Ausstellungssachen. Ja. Ist das jetzt Halle 3 noch oder so eine Zwischenhalle? Das ist Halle 3. Das gehört glaube ich noch dazu. Ah, okay. Da beginnt dann wirklich die letzte Halle. Ja. Hier sind wir dann wieder bei der Weisswandwüste. Genau. Und da wird es dann wirklich für uns vor allem spannend. Ja, jetzt wird es. Aber sicher auch für euch. Ja, hoffentlich. Außer Frage. Ja. Guck mal, der ist aber auch cool. Ja, das ist ein Puck. Oder das sind Pucks. Mehr. Ja. Komm, wir gehen einmal durch die Puckstraße. Ja. Das ist glaube ich ein Augenschmaus für Just Touring. Die sehen aber schon cool aus. Ja, die sind so klein und gemütlich. Alt gemacht. So ein Ding könnte man sich eigentlich noch bei uns auf die Finca stellen, als Wagen, der dauerhaft dort steht. Ja, da kannst du dann mit dem Ding fahren. Möchte ich jetzt nicht hinten am Bus haben. So, und jetzt kommen wir zu unserem Favoriten. Halle 4. Ist eigentlich aufgebaut wie letztes Jahr. Sieht genau gleich aus. Hier haben wir ein paar Grills, dann haben wir Kühlbomben. Hier hatte ich letztes Mal meine Jacke gekauft. Ja, von der du jetzt doch nicht mehr so begeistert bist. Anhänger. Also haben wir hier Schlappen und Tassen. Das war was für dich. Was denn? Aber du hast jetzt schon diese Schlappen. Ja, stimmt. Mega Schlappen. Jetzt weiß ich noch, was ich kaufen wollte oder wonach ich schauen wollte. Diese Camping-Handtücher oder Duschtücher. Ah, genau. Die so schnell trocknen. Genau. Wo wir mal geschaut haben. Oder irgendwo gesehen haben. Ah, guck mal hier. Das Bosch Schienensystem mit Euroboxen. Ist auch ganz interessant. Aber kaufen tun wir jetzt natürlich nicht mit euch. Weil jetzt laufen wir einfach einmal durch. Rum. Genau. Und schauen. Oh, das ist hier zum Wühlen und Grabschen. Das gefällt mir. Ein paar Messer. Gehen wir hier rechts oder geradeaus? Links. Siehst du? Ja. Jetzt habe ich auch mal das falsche rechts genannt. Vorzelte. Ah, Aufbauten. Moonbox. Die kann man sich dann wahrscheinlich mobil so rein und raus stellen. Dachzelte. Die haben wir letztes Jahr nicht hier gesehen. Auch wieder Vorzelte. Ganze Kabinensysteme. Da hinten ist nochmal eine Futterhütte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nach links und dann von der Mitte links raus. Ich dachte direkt zur Futterhütte. Wir haben ja gerade erst gefrühstückt. Ja. E-Bikes. Ich habe keine Ahnung, was E-Bikes hier zu suchen haben. Aber das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Nein. Jetzt wollte ich schon wieder einen Spruch drücken, aber ich will nichts Falsches sagen. Sonst haben wir nach dem Video die Hälfte der Follower weg. Nein, du sagst mir lieber später. Und schau mal, das ist cool. Das war letztes Mal schon so gut. Ja, ja. Da gibt es viele kleine Küchengadgets etc. Ja. Stufen, Tritt, Abdeckkappen, Erste-Hilfe-Taschen. Da haben wir auch verschiedene Stühle. Nein, die waren hier. Die waren hier, die Stühle. Aber jetzt ist hier ein Bus mit verschiedenen Aufbauten. Okay. Das heißt geradeaus rechts oder wollen wir zurück rechts? Da komme ich dann geradeaus. Also, falls ich jetzt irgendwo zu schnell vorbeigeschwenkt bin oder geredet habe und gar nicht hingeschwenkt habe, tut es uns leid, weil wir sind noch ziemlich jungfreundlich in dem Bereich der rumlaufen, reden und zeigen. Wir gucken mehr anstatt zu denken. Das sieht auch cooler aus. Fuß sieht gut aus. Ja, schon nicht schlecht. Und da hinten ist ein Perkulator. Aber wahrscheinlich steht der nur zur Show. Gut, was haben wir hier? Reinigungsmittel. Und dann Emuk. Spiegel-Erweiterung, Autoreifen, Erhöhung. Also auch ganz viel Kleinkram. Da können wir nachher nochmal am Rad drehen. Ah, und das ist doch diese Anhänger, welche aufklappbar und wieder zusammenfaltbar sind. Okay. Ja. Kopfkissen. Matratzen, Kopfkissen, Isomatten. Sind wir bestens angedeckt? Ja. Kommen wir nochmal ganz durch. Outdoor-Kleidung. Ja. Camping. Aber das sieht alles gleich aus wie im letzten Jahr, würde ich fast sagen. Ne, weißt du, Problem. Problem ist, wenn du... Ah, und hier gibt es auch noch diese Hüllen für die Sitze. Was für Hüllen meinst du? Oder wie sagt ihr das? Schutz für die Sitze? Überzüge. Überzüge. Wo sind die Überzüge? Ja, dort. Ach, da hinten. Ja, du musst mir auch zeigen, wo die sind, weil ich habe die zu den Campingstühlen gefilmt. Ja, dann sagt mir das. Ich schubs die weg. Achtung, Kamera heißt es dann. Gut, gehen wir mal Richtung Außenbereich. Schauen wir mal, ob neben der Futtermeile noch irgendwas ist. Da ist Stand-Up-Paddel. Aber man merkt, innerhalb von 20 Minuten füllt sich das hier schon immens. Dann in der Ecke hier nochmal verschiedene Solaranlagen und Batterien. Satellitenschüsseln. So Thema Kochen, Omnia, gab es jetzt nichts. Ich glaube, das war letztes Jahr auch so. Das war eine andere Campingmesse. Da ist die Futtermeile und hier ist dann der Außenbereich, äh, der Außenbereich, der letzte Streifen. Aber ich glaube, hier haben wir dann auch nichts mehr. Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Omnia. Ja, ja, ich war schon fertig mit dem Satz. Okay. Habt ihr es verstanden? Ich glaube schon. Ja. Da haben wir noch eine Trockentrenntoilette. Und wo kommen wir jetzt hier raus? Ich glaube, wir hier nicht. Ich glaube, wir müssen da ganz raus. Hier ist der Außenbereich wahrscheinlich. Ja, schau mal. Ich glaube, da geht es. Dann geh bitte vor. Mach die Tür auf. Ich komme hinterher. Rücken. Super. Power hast du doch in der Arme. Ja, natürlich. Ja, es ist wirklich nur eine Futtermeile und hier stehen dann nochmal ein paar Camper. Alles rundum gemischt. Sag mal, hier gibt es noch Fälle. Ja. Das könnte ich gut gebrauchen, wenn du mir mal wieder das Fell über die Ohren ziehst. Hunde sind auch erlaubt, sehe ich gerade. Ja, und wir nähern uns im Endeffekt schon wieder zum Ausgang. Da wird wieder ein Bus demonstriert, was er alles kann, wie er bewegt wird. Hakuna Matata. Okay, wir nähern uns im Ausgang. 50 Meter vor uns ist der Ausgang. Dann werden wir jetzt auch direkt Richtung Bus gehen und das Video sofort für euch schneiden, hochladen, dass ihr es genießen könnt, bevor wir eigentlich schon wieder zu Hause sind. Ja, und wenn ihr findet, oh, das war jetzt viel zu schnell, geht einfach morgen, weil bis morgen, oder? Ja. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, der 1. Oktober. Bis um 18 Uhr ist hier noch offen. Ja, es hat dann bis morgen 18 Uhr geöffnet und gibt uns auch gerne mal Kommentar und Kritik in die Beschreibung, weil ob wir es jetzt gut oder schlecht gemacht haben, wissen wir nur dank euch. Das sehen wir dann im Video. Ich hoffe, wir waren nicht so schnell, aber jetzt bleibt uns wie immer nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.